Rund 12 Volumenprozent im Glas, 100 Prozent Pro-Wein in der Stadt. Das ist Pro-Wein Goes City. Lange wünschten sich die Düsseldorfer an der Weltleitmesse für Fachbesucher auch teilhaben zu können. Inzwischen ist Pro-Wein Goes City eine feste Größe. Die Pro-Wein, die ja eine sehr etablierte und die internationale stärkste Weinmesse der Welt ist, hat sich ja nun etabliert und das merken natürlich auch viele Weinfreunde. Weil dieses Thema eben so eine Breitenwirksamkeit hat und das Thema Wein ja immer wichtiger wird, haben wir im Pro-Wein Goes City parallel in der Stadt. Seit 2007 hat sich Pro-Wein Goes City stetig entwickelt. 54 Düsseldorfer Gastronomen, Weinhändler und Hoteliers bieten in diesem Jahr besondere Aktionen. Alles rund um das Erlebnis Wein. Wir haben was Leckeres zu essen. Wir haben ein paar tolle Winzer hier aus Frankreich und ein paar junge Wilde aus Deutschland. Und ich denke, es ist eine tolle Veranstaltung. Pro-Wein Goes City, nicht einfach nur Nebenveranstaltung zur Pro-Wein, sondern starke Ergänzung zur Fachmesse. Mit mehr als 90 Gelegenheiten, namhafte Top-Winzer und ihre Tropfen zu erleben. Fallstuff geprüft. Der Winzer des Jahres muss über mehrere Jahre hinweg eine sehr gute und beständige Leistung erbracht haben, muss eine nachvollziehbare Philosophie im Weinbau haben, im Ausbau seines Weines. Der muss ziemlich genau im Kopf haben, was er denn da für einen Wein in die Flasche bringen möchte. Übrigens, wer in seinem Stammrestaurant eine Veranstaltung besucht, kann sich sicher sein, nicht den Wein zu erleben, den es ohnehin auf der Karte gibt. Etwas Besonderes muss es geben, denn Pro-Wein Goes City soll nicht verwässern.